Musik Der Planet Heidelin Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen, die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Im Westen des größten Kontinents liegt Eosea, das von den Göttern geliebte Land. Der Kristall ließ es erblühen und große Zivilisationen hinterließen ihre Spuren, die in glückseligen Zeitaltern des Lichts erglänzten. Doch jedes Mal verging, was ewig Bestand zu haben schien. Im Jahr 1572, im sechsten, letzten Zeitalter des Lichts, kam es auf der Karte Noah Heide zu einer entwickelten Schlacht. Dort die Galear, die den Kontinent einzunehmen suchten. Und hier die Streitkräfte der drei Stadtstaaten, vereint zur Eoseischen Allianz. Doch der wahre Gegner war Dalamut. Der Mond, der Galeischer Kontrolle entglitt, zu Boden vor. Er war der Kerker eines Gottes, Bahamut, dessen Zorn sich nun auf alles entfesselte, was sich in Polen schlug. Die siebte Katastrophe war da. Fünf Jahre sind seither ins Land gezogen. Noch trägt das Land die Narben des Unglücks und die Trauer sitzt tief. Dennoch lebt die Hoffnung in dieser Welt, die das Unglück mit Gefahren und Rätseln belohnt. Eosea ist auferstanden. Und schreitet in das siebte Zeitalter des Lichts. Neu ist die Welt auch für diesen Abenteurer. Das Glück sei mit ihm. Und der Urkristall möge ihn leiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017